Drei Achterbau- und Bauhacks in Minecraft. Let's go! Wir machen zuerst einmal einen Hyperspeed-Tunnel. Dazu bauen wir alles mit Regenbogenwolle aus, platzieren dann die Schienen so wie hier abgebildet. Sieht lustig aus und man dreht sich. Als nächstes kommt ein Blubberblasenaufzug. Dazu müsst ihr das alles einmal einrahmen, zum Beispiel wie hier mit etwas Holz. Danach baut ihr die Straße oben ein Stück weiter. Unten kommt ein Seelensand hin. Jetzt kommt noch Glas drauf. Und die Schienen. Nicht vergessen, Leuchttranken zu platzieren und Wasser. Und los geht's. Und wir werden hochgeschleudert. Jetzt machen wir eine kleine Abbiegung unter Wasser und unsere Fahrt geht dort weiter. Dazu baut ihr einfach einen Weg nach unten und platziert die Schienen, die ihr braucht. Noch etwas Seegras, ein paar Fische. Und natürlich muss es auch wieder rausgehen. Ach, erfrischend. Und mit einem Kaktus wird euer Mindcard gleich gedroppt.